Musik 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 Fölzheim, Dalsheim, das ist so eine richtige Weinregion Was macht die denn so speziell? Was macht den Wein hier so speziell? Ja, also hier die Region da befinden wir uns ja im südlichen Wonnegau nennt sich das, dieser südliche Zipfel von Rheinhessen, das ist der südliche Wonnegau und der verfügt über ein sehr mildes Klima was für den Wein ziemlich optimal ist und gerade Fölzheim, Dalsheim hat zudem eine ganz tolle und facettenreiche Bodenart Wir haben hier sehr kräftige Böden und auch sehr mineralreiche Böden Wir haben hier eine Einwohner eine Zahl von ungefähr 3000 Einwohner und 50 Winzer, also es ist schon die Winzerdichte ist hier sehr hoch Beispielhaft sind wir jetzt auf dem Veed Werthof Ihr habt ja euch eine ganz spezielle Anbauart ausgesucht, also ihr erzähl mal ein bisschen, Bio ist ja ein Stichwort, worauf achtet ihr, worauf legt ihr Wert? Also grundsätzlich betreiben wir Bioanbau, das ist richtig, also wir verzichten auf chemische Pflanzenschutzmittel Kunst und Mineraldünger das ist so das Grundsätzliche und wir haben uns seit 1989 schon dem Demeterverband angeschlossen und betreiben die den Anbau noch ein bisschen spezieller und extremer vielleicht kann man auch sagen wir arbeiten biodynamisch heißt es jetzt biodynamisch ist großes Thema hat man schon mal gehört und so weiter das drückt eigentlich aus, dass wir dem Boden und der Pflanze mehr Vitalität auskitzeln oder die Vitalität in der Pflanze und dem Boden stärken durch Präparate aus Heilpflanzen Die hast du natürlich nicht zum zum bewirtschaften da, sondern Hobby, großes Hobby meiner Frau zum einen, das ist eigentlich der Grund warum wir sie haben und für uns ein großer Vorteil dass sie Mist produzieren genau und den brauchen wir eben für die Weinberge zu düngen wir stellen unseren eigenen Kompost her, gemischt mit dem Trester dann der Pferdemist wird mit dem Trester was beim Kältern anfällt mit den Traubenresten wird er gemischt bleibt für ein Jahr rotten wird wieder mit Präparaten beimpft Kamilleblüte Präparat, Ackerschachtelhalm, Brennnessel Eichenrinde, das sind auch so Sachen die wir da uns sammeln über Sommer gerade die Kamilleblüte und dann in den Kompost tun da rottet der besser und die fahren wir dann da rein und verbessern so eben auch den Boden nicht dass wir nur düngen weil die Düngewirkung ist schon auch da aber jetzt nicht so hoch wie von einem Kunstdünger sondern wir verbessern dadurch eigentlich den Boden So Florian, hier steht dein Maschinenpferd Ja genau, eins unserer Maschinenpferden Normalerweise würde man sagen warum denn bloß, Bio da fährst du doch nicht mit so einer Stinkmaschine durchs Feld aber das hat auch Vorteile Auf jeden Fall ja, man sieht ja hier das ist schon modifiziert durch diverse Zusatzschalter wir bringen mit dem Teil unsere biodynamischen Präparate aus nachdem die gerührt wurden in Wasser werden die hier hinten drauf gepackt aufs Heck mit so einem 40 oder 50 Liter Kanister da kommt, da ist ein Motor noch dabei ein Scheibenwischermotor mit einer Düse und die verteilt das großflächig über die Reben Wir haben ja hier so eine kleine Biene sehen wir als Logo, die findet auch Platzierung auf dieser Flasche und das ist ja was ganz besonderes auch ein Produkt, was ihr euch zusammen einfallen lassen habt Ja, die Idee stammt eigentlich auch von dir, dass ihr das Problem glaube ich hattet, kann ich dir auch nochmal erzählen, nichts zu trinken zu haben wenn ihr feiern geht am Wochenende Ich habe immer das Problem, dass ich im Kiosk wenn ich abends unterwegs bin also ich trinke nicht gerne Bier und es gibt keine Weinschorle in Flaschen und dann habe ich immer gedacht es müsste eigentlich Weinschorle in so kleinen Flaschen geben und das war eigentlich die Idee und dann gab es doch zum zweiten dass der Florian mal vor ein paar Jahren gesagt hat, er würde gerne Veranstaltungen machen im Feld für junge Leute und genau das habe ich als Bachelorarbeit für meinen Abschluss gemacht in der Hochschule Mannheim und hier findet man die Biene ja wieder und die Biene ist eigentlich das Symbol für den biologischen Anbau Dein bestes Pferdenstall steht nicht hinten im Stall in der Schuppenscheune sondern hier auch im Regal welcher ist das? Oben im Regal, man sieht es schon bei uns sind die Lagenweine das sind unsere besten Weine sind mit dem schwarzen Design und der Goldkapsel ausgestattet um auch die Wertigkeit noch ein bisschen optisch zu transportieren und da sprechen wir von einem Riesling aus der Reblage Dalsheimer Bürgel und bei den roten ist es bei uns tatsächlich auch Spätburgunder traditionell für hier das geben schon stoffige Weine so und den Bürgel den Bürgel, ja ich hoffe du hast was draus gemacht den Bürgel wollen wir jetzt auch mal verköstigen genau, jetzt Dalsheimer Bürgel Jahrgang 2013 13 Trocken, sehr trocken die Säure passt super zum Riesling die unterstützt eben dieses Mineralische jetzt bei diesem Bürgel ich mag das wenn die Weine nicht rund sind oder sowas der ist also wie soll ich das als Laie ausdrücken der ist sehr dezent der kommt also beim ersten Schluck hält sich zurück und dann am Ende hinten kommt er raus explodiert fast so ein bisschen überraschend ist auf einmal der Geschmack ganz intensiv da beim ersten Schluck ist er noch ganz ganz dezent und dann kommt er richtig kräftig